Ich auf die Idee von dem Video gekommen bin. Ja, ich habe Eistee zu Hause, deswegen... Ich habe Eistee zu Hause und ja, jetzt interessiert mich, welche Eisteesorte man so auf der Welt am meisten mag hier so, ja. Und zwar halt, es gibt ja grüne Eistees noch, Frucht, also rot und gelb. Das ist zum Beispiel mein Lieblings-Eistee, gelber Eistee mit Zitrone Fisalis, aber das juckt gerade keinen. Ich meine jetzt so von den Standards, sag ich mal, von den schwarzen, von den schwarzen Tee, Eistees. Ja, da gibt es ja irgendwie Pfirsich, Zitrone und Waldbär, mehr kenne ich da jetzt nicht so. Ja, und jetzt, ich erstelle so eine Infocard, wo ihr dann abstimmen könnt, welches ihr am meisten mögt davon. Ich persönlich stehe bei den schwarzen, also ist jetzt ja nicht mein Lieblings-Eistee, aber bei den schwarzen mag ich am meisten Pfirsich. Ah. Ja. Ja. Ja.